Hallo, mein Name ist Mann Blechschmidt. In diesem Video möchte ich kurz die offizielle Gematik E-Rezept in einer Sneak Preview zeigen, so wie wir sie beim Connectator in letzter Woche verwendet haben. Was man hier aktuell sieht, ich habe in meiner App vier Rezepte, die ich jetzt einlösen kann. Ich zeige jetzt mal den Weg mit der lokalen Apotheke. Hier oben habe ich z.B. den Novalsulfon als Tropfen. Dann kann ich z.B. hier unten sagen Bestellen oder Reservieren. Jetzt habe ich hier die Apothekensuche. Diese Apothekensuche entspricht schon der Apothekensuche, so wie sie in meiner Gegend aufgelistet ist. Ich wohne in Charlottenburg. Ich bin hier oben z.B. die Brillant-Apotheke am Kurfürstendam 71. Hier sehe ich jetzt die verschiedenen Daten von der Brillant-Apotheke. Ich habe die entsprechenden Öffnungszeiten. Ich habe unten die Kontaktdaten. Hier oben kann ich mir überlegen, ob ich das Medikament direkt reservieren möchte. Ich kann es per Boten liefern, wenn ich es sehr schnell brauche. Oder ich kann es per Versand liefern lassen. Aus Patientensicht ist es ein super tolles Erlebnis. Wir sind hier auf einem tollen Digitalisierungs- und Transformationsweg. Aktuell arbeiten wir hier mit der Gematik sehr eng zusammen, mit den verschiedenen Pharma-Software-Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass wir hier sehr tolle Ergebnisse ab 1.07. schaffen werden und dass die Patienten ein sehr tolles Erlebnis haben werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.